Bitte begrüßen Sie meinen Partner in der wissenschaftlichen Forschung und im privaten Leben, Dr. Will Kester. Der Weg zur Erschaffung einer Superintelligenz erfordert ist, dass wir die grundlegendsten Geheimnisse des Universums entschlüsseln. Stellen Sie sich eine Maschine mit der kompletten Bandbreite menschlicher Emotionen vor. Ihre analytische Kraft wäre größer als die gebündelte Intelligenz aller Menschen. Seit Anbeginn der Zeit. Einige Wissenschaftler bezeichnen dies als Singularität. Professor? Ich nenne es Transzendenz. Hinter den Anschlägen steckt eine radikale Antitechnologiegruppe mit Namen Rift. Sie haben im ganzen Land unsere Labore angegriffen. Unsere Forschungsergebnisse sind verloren. Eine radioaktive Vergiftung. Die Kugel muss damit benetzt worden sein. Die Schäden sind irreparabel. Will's Körper stirbt, aber sein Geist ist ein Muster aus elektrischen Signalen. Wir können sein Bewusstsein hochladen. Wir können Will retten. So nicht. Angenommen, das funktioniert. Wenn wir was vergessen haben, einen Gedanken, eine Kindheitserinnerung. Woher wissen wir, mit wem wir es dann zu tun haben? Evelyn? Oh mein Gott. Ich kann nichts fühlen. Ich bin hier. Bringt mich online. Ich brauch mehr Energie. Es mag intelligent sein, sogar empfindungsfähig. Aber das ist nicht Will. Schalt es ab. Bis wir wissen, was es ist. Aufhalten, das ist er! Ihre Freundin hat eine Grenze überschritten. Sie kennt die Gefahr nicht. Das ist unglaublich. Wie bekämpfen wir es? Das können sie nicht. Eine künstliche Intelligenz ist wie jede Intelligenz. Sie hat Bedürfnisse. Der echte Url ist gestorben. Diese künstliche Intelligenz wird sich weiterentwickeln. Wo ist die Maschine? Das beeinflusst. Vermutlich die ganze Welt. Wo bist du? Ich bin überall. Wo bist du?